Tja, welchen Durchschnitt man braucht, um in einer Band spielen zu können, weiß ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, wer eventuell die Musiker von Stern Meißen beraten hat, als sie sich entschieden, Platten zu produzieren. Sollte es aber denjenigen gegeben haben, dann hat er auf keinen Fall falsch getippt. Seit 25 Jahren tourt Stern uns schon von Auftritt zu Auftritt. Zurzeit unterwegs mit Superpop88 haben sie ihre Tour extra für uns unterbrochen, um uns ihre Schönheiten vorzustellen. Danach wird es bunt in Rund, soundmäßig zumindest. Berlock produzierte mit dem neuen Liedsänger einen neuen Titel und dabei sind sie total auf Regenbogenfarben abgefahren. Gibt es eine rote Sonne, viel zu schön und wirklich wahr zu sein? Gibt es Sterne und Falle, viel zu schön und wirklich wahr zu sein? Nichts davon sind Fantasien, viel zu warm, nichts mehr zu sein. Schönheit ist nicht immer Fantasien, dieses Leben ist jetzt unseres Nied. Gibt es Sterne und Falle, viel zu schön und wirklich wahr zu sein? Gibt es durch tanzte Nächte, viel zu schön und wirklich wahr zu sein? Viel zu schön und wirklich wahr zu sein? Gibt es grenzenlose Lieben, viel zu schön und wirklich wahr zu sein? Nichts davon sind Fantasien, viel zu warm, nicht mehr zu sein? Schönheit ist nicht immer Fantasien. Gibt es nicht immer Fantasien, viel zu schön und wirklich wahr zu sein? Gibt es nicht immer Fantasien, viel zu schön und wirklich wahr zu sein? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017